Die Gärtnerei des Kompetenzzentrums Arbeit ist hier im Löchligut untergebracht. Die jungen Menschen des Kompetenzzentrums haben hier mitgeholfen, das Parterre zu renovieren und haben über 1'000 Arbeitsstunden investiert. Das ist sehr beeindruckend, wenn man weiss, dass diese Menschen mit Belastungen zu kämpfen haben, weil sie den Einstieg ins Berufsleben noch nicht gefunden haben. Ich hoffe, dass sie hier gemeinsam erleben konnten, dass man zusammen oder einzeln Berge versetzen kann. für eine besagte Brichenszone. Die Gärtnerei sind in einem kleinen Stumpf, wir wollen in einem kleinen Stumpf oder verabschieden, die für einen neuen Stumpf ist. Wir schauen uns mal weiter.